Das einzige in meinem Leben, nachdem ich mich ohne jegliche Ambivalenz immer gesehnt und es genossen hatte und der Grund wahrscheinlich war überhaupt, es bis hierher geschafft zu haben, war der Schlaf. Ich war ein sehr guter Schläfer und genussreicher Schläfer. Aber warum soll man nicht zur Stufe 2 übergehen, das weiter so zu handhaben, aber einen Teil des Tages den gleichen Zustand nicht auch genießen, allerdings im Halbwachbewusstsein, in Beobachtung, wie der Körper sich regeneriert. Das ist dann die große Kunst, alles das abzuhalten, das einen davon abhält. Und dann sind wir die noch nicht mehr und dann sind hier noch nicht mehr und es ist dann nicht mehr, die dauer Kräste durch den Kitzel der Nerven soll. Ich würde mich an, was ich an, was ich nicht mehr, weil ich nicht mehr so viel weiß was, aber es ist jetzt zu viel, wenn es nicht mehr so tut, ich würde mich an, was ich vertreiben, Ich würde mich an... Vielen Dank.